Willst du Pizza auch noch dazu? Ja! Willst du alles? Ein mildes Kebab! Mildes Kebab! Hier? Eben! 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 Nicht, dass wenn du da ein Bauch bist, haben wir sieben Kebabs zu! Für Samsung! Ja! Warte, ich geb's dir! Ich geb dir noch ein kleines! Ich hab auch... Ich hab mir jetzt gerade angesteckt! Aber ich hab mir... Ich hab mir jetzt gedacht... Das ist... Ich hab mir das... 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 Joschi! Hey, Joschi! Hör mal von Scham! Was? Was? Fertig! Fertig! So, fünf Quartner miteinander Du kriegst das in einem Video! Also, ich mach hier gerade die Haare! Ein sehr kompliziertes Vorgehen! Aha! Ja! Sehr schmerzhaft! Ja! Ich mag die, tut mir so viel weh! Ja! Ohne schwarze Kohle! 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 Ja! 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 So Lisi. Das ist gleich was die Wali hat. Ja! Wali hat ja... Die normalen... Wie heißt das? Digitaler... I-Bad. Nein! Nicht I-Bad! Das ist ein digitaler Bildrahmen! Da sind die Fotos an Schrift rein. Da muss das Ding dran. Was ist das? Das ist Pension Schöller. Vorigen Jahren? Ja, Schnelllabor. Vier Jahre, glaube ich. Ein iPad ist schon klar. Ein Spielzeug. Ist das ein iPad? Wir haben einen iPad geschenkt. Und ihm ist es gut. Wir holen die iPad. Willst du uns messen? Genau. Wir gehören das auf. Und dann nochmal. 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 Boah, du wirst du das auf mich. Das ist mir okay. Das ist mir okay. Das ist die Frisur vom ganzen Theater. Das läuft mit. So. So. Und dann. Und dann. Unser. Ähm. Redakteur. Herbert Kampel. Schreibt in der aktuellen Ausgabe des Weizer Bezirksjournals. Alle Termine nach der Premiere stehen Ihnen noch offen. Um sich aus erster Hand von einer der besten Nestrollbühnen unserer Amateurszene mit einem der besten Nestrollstücke aufs Beste zu unterhalten zu lassen. Und vielleicht das schon morgen. So schreibt der Kampel. Gell. Hast du die Geissen? Sehr gut. Wir haben noch einen Schlaps. Ja, ja. Ich hätte auch gerne einen. Nein, wir machen keinen Schlaps. Nein, nicht, 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 nicht so weit. Ich habe noch einen Schlaps. Schrei mal, was das sagt jetzt. Warte, 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 warte. Schau nicht, warte. Oh, ist das gut. Hey, das war's. Nein, du hast es. Was ist das denn? Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Ich bin Hammer. Die movimento Auperinüse gaspft, nicht das. Wahrscheinlich das. Muss ich hierher berurte. Wir haben nichts. DreiSP val otra-ENT-Rand-Rand. Woah, weiße, was führt nur. Er ist groß tut, ich, komm. Ganz erstmal. Biss sie omnipotiviert. Es geht zum innen, gibts Schirr. hm. Hab ich T earliest. Ich habe auch mit Dirtd. Hallo, Die ist heut' aber heftig, des is' ihr Temperament. Na ja, na ja, wenn i red, sag's i des Beste war. Wenn's das Maul holden durst, holden durst, des is' offenbar, des is' offenbar, Liebe, nur Liebe, weil so schon sie holt meine Brust, weil so schon sie holt meine Brust. Das Problem ist immer, dass man's jetzt eigentlich wieder findet, gell? Aber heute hab ich Glück gehabt, ich hab's früh gefunden, also schon gefunden mein Gewand, jetzt bin ich schon bald fertig, auch so. Das ist auf der Urne Bibelspieler, jetzt ist der auch. Echt? Ja. Das ist so schade. Da riechst du halt gleich weiter? Ja, ich weiß ja. Oh, ja. Das ist so, das ist so. Das ist so. Ich weiß nicht, wenn ich so wieder hochpasste. Wie wäre das mit 9.6? Da gibt es keine Fotos drin. Inzwischen wird er besorgen. Trinkst? Wo ist das Trinkst? Scheiße, ich will gut die Fotos lernen. Jetzt können wir einen Fotos spielen. Der ist glaube ich im Fatal oder so? Ja. Das gibt es nicht. Er ist nicht so schön. Er kann ja noch die Fotos holen. Wie ist das? Magst du gerne? Du hast das gut. Ja. Ich muss schon mal rein machen. Entschuldigung. 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 Okay. Wie? Ja, der will mir das Bild queren. Lieben wir lieben. Ach so. Ach so, das ist heute unser Hausbeißle. Hallo Sommerhofer. Ein langjähriger und erfahrener Theaterspieler. Er hat auch schon für die Gruppe in Bremsdorf gespielt. Und wie hat die Gruppe geheißen? Das weiß ich gar nicht. Er war Walsvergeißler. Wie hat die Gruppe Walsvergeißler? Nein, der hast du erst gesehen. Hansi Sachs und Freunde in Bremsdorf. Da hat er auch nicht. Er hat aber auch schon gespielt. Da. In Bischersdorf im Vorheim. Und zwar das Herz am rechten Volk. Da haben wir gemeinsam gespielt. Da waren wir die Junke-Settel. Das war im Jahr. Kannst du dich noch erinnern? Ja, kann mich gut erinnern. Kann ich noch mehr. Aber du kannst dich noch erinnern. Da war die mit dem Bäderchen. Da war drüben die Brüner. Ja genau, wir drüben die Brüner. Ja genau, wir drüben die Brüner. Das ist schon ein bisschen ältere Generation. Ja genau. Ich war schon lange mit. Aber ich war so alt, wie dich bin ich nicht. Das ist mein Brief. Scheiße, du kannst Text nicht. Schreib doch noch einen. Schau nicht kurz rein. Die Brüfe sind nicht rein. Los, schau nicht da. Schau nicht da rein. Nein, da ist auch nicht rein. Wir haben keine Brüner. Ich habe Fleck eigentlich. Ja? 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 Ja, gehen wir schnell. Ja, aber sonst geht sie nicht aus. Wir machen creamy Erdnussen. Da ist das Produkt. Ja? 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 Aber ich die Erdnussen, du meine? Ja, und das ist covered. Raps, 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 raps. Das ist her. Die Frau hat hochgekroft, die Frau hat hochgekroft. Nein, 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 nein. Ruhig. Rauig. 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 Jetzt kommst du raus! Geht's raus? Die Ausbeute ist nicht gar so groß. Oder viel? Da du musst festhalten, ja? Der hat nicht festgeschraubt. Stopp! Was? Das ist alles krass, guck schon mal, schau, für Marvin zum Pfosten. Ja, gibts hier auch ein bisschen was. Himmi hat das ein sensationales gutes Kulmlandprodukt. Ohi, 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 ohi. Der kann das nicht, also Yoshi hat Kost. Er ist auch ein bisschen Hölzer, aber es geht. Yoshi ist auch Kost. So ist das, alles andere ist prima. Alles andere ist prima. Jetzt können wir mal ein Bier trinken, alles andere ist prima. Ich denke, Zucker, bitte. Der junge Junge, schau mal jetzt, doch nicht weg. Ich habe mich gesehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Aber was ein soes Unterpunkt, Herr Schlotter. Ho, 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 holle Sache. Ihr wisst nicht, solch liebliche Töne sei ich von einem Samfen gewünscht. Ich habe jeden Abend von sechs bis acht alt von acht bis neun Menschen gebraucht, um meinen Giselle Coloratur zu fahren. Ich bin mit einem, äh... Mit einem Dierenplan. Ja, richtig, mit einem Dieren. Mit der Dierenhänden. Super. Mit der Kunstausstellung. Ich, 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 ich. Ich hab's vor ein paar Jahren bei einem Bruder gekauft. Ich spare mir die Töne für die Späte. Ja, ja. Ich sag, keinen Knie. Sie sollen sich auf die Dalle legen. Auf die Breml. Auf die Breml. Oh, Peter. Ja. Ja, das geht dann. Das geht dann. Ja, das geht dann. Ja und los! Ja und los! Ja und los! Ja und los! Ja und los, los! Also dann, ich sprühe raus. Ja, komm, 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 komm. Ja, schön. Schon wieder da? Ja, ist der Lager da oben. Das ist über uns, nicht der. Eigentlich wollte er ziehen. Alter, ich bin immer, was ist das? Aber das ist nicht gewachsen. So, so, so. So, so, so. Applaus